In diesem Video stelle ich meinen Kanal vor. Mein Ziel ist es, Techniken, Methoden und Begriffe aus der Informatik und Wirtschaftsinformatik in einfacher und vor allem kurzer Form zu erklären. Innerhalb einer bis zwei Minuten werden komplexe Sachverhalte so erklärt, dass diese nachhaltig verstanden werden. Meine Videos erstelle ich primär für meine Schüler. Ich freue mich aber über jeden interessierten Zuschauer. Meine Themen richten sich nach dem aktuellen Unterricht. Ich veröffentliche mindestens ein Video pro Woche. Über ein Abo freue ich mich sehr.